Hallo, ich bin der Hood und ich werde nun ein Reaction Video zu Mad Max Fury Road machen. Der Trailer kam ja gestern raus schon, gestern Abend. Ich habe ihn mir angeguckt, schon 400 Mal, glaube ich. Und ich muss sagen, das Ding sieht einfach gigantisch aus. Richtig geiler Scheiß wird es. Die Musikauswahl ist grandios, ein klassisches Stück und ich komme immer noch in den Traub, von wem es ist. Entweder Tchaikovsky, Beethoven oder Ludwig van, natürlich Beethoven oder Wagner. Ich glaube, es ist Tchaikovsky, ich bin mir nicht ganz sicher. Egal, schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Dieses Lied, wo er am Schluss kommt. Und was soll ich sagen, es explodiert alles. Es sieht richtig schön handmade aus. Die visuelle Umsetzung, die Bilder, die Aufnahmen. George Miller, der hat hier ein Ding hinterlassen, allein schon, wie der Trailer wirkt. Das Ding wird abartig geil. Allein die, obwohl es alle jetzt schon wieder ein bisschen Angst haben, wegen der CGI-Effekte, finde ich gar nicht. Die richtig eingesetzte CGI-Effekte, wie der Schluss da mit diesem Wirbelsturm oder mit diesem Sturm. Und die Karre explodiert dort und das sah so genial aus. Es kommt wie Borderlands rüber, natürlich. Aber das Ding ist grandios. Das wird ein Hammer-Teil. Ohne Scheiß. Tom Hardy, genial. Charlize Tyrone, Tyrone, wie auch immer. Tyrone. Es sieht grandios aus. Also wir haben gerade im letzten Mad Max 1, 2 und 3 angeguckt. Und das Ding hier, also das, was im Trailer schon gezeigt wird, wenn das allein im Film kommt, reicht das allemal aus für ein absolutes, wie soll man das sagen, Doomsday trifft Mad Max in einer High-Octane-Version, sozusagen. Das kann ich beschreiben. Also schaut euch mal den Trailer an. Ich bin fasziniert, unglaublich fasziniert. Und das Ding wird, also so wie das aussieht, ein richtig R-Rated hoffentlich, wenn es vielleicht im Kino nur ein PJ-13 kriegt. Aber auf dem Heimkino natürlich immer ab 18, weil das Ding sieht ab 18 aus. Und ich glaube, das wird auch ab 18. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Schaut es euch an. Ich bin hin und weg. Das war, also Star Wars und Mad Max bis jetzt meine absoluten Favoriten. Obwohl fast schon Mad Max vorne liegt. Ja, Mad Max, leck mich am Arsch. Das war's. Euer Hut. Geht auf unserem Hookbrust Nitro-Kanal. Da geht es nämlich auch ab. Uwaha!